Der Bayerische Rundfunk, Nordbayern und 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 alle haben sich halt darauf eingeschossen und berichten jetzt über die Razzia Und auch darüber, dass verschiedene Medienanstalten sich nun mit ihm und diesem Blog befassen Ich blende euch das mal kurz ein Zitat Medienanstalt Bayern, keine aktuelle Adresse bekannt Dass sich nun verschiedene Medienzentralen mit den Inhalten des Drachenlord befassen Liegt daran, dass er ohne festen Wohnsitz sei, so die Sprecherin der Bayerischen Anstalt Oder, dass zumindest keine aktuelle Adresse bekannt sei Der Wohnsitz des Anbieters, nämlich sei entscheidend dafür, welche Medienaufsicht zuständig sei Darüber hinaus erschwere dies den Vollzug der Aufsichtsmaßnahmen Sollte es tatsächlich zum Verstoß kommen Zitat Ende Es geht also darum, dass die Medienanstalten keinen Wohnsitz von ihm haben Und daher nicht klar ist, wer für ihn zuständig sei Und das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert Denn zum einen muss er ja ein Impressum bei seiner Veröffentlichung angegeben haben Und falls das nicht korrekt war, kann man ihn ja dafür auch belangen Zum anderen hat die Polizei doch aber auch eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht Das heißt, zumindest die wissen ja, wo er da gesteckt hat Wenn er halt von dort nicht schon wieder weg ist Aber selbst dann, er hat ja Bewährungsauflagen Und zumindest der Bewährungshelfer oder irgendjemand vom Gericht Der sich halt mit ihm beschäftigt, muss ja die aktuelle Adresse haben, wo er zu erreichen ist Mir kann doch niemand erzählen, dass im Moment halt niemand weiß, wo Rainer wohnt Dann könnte er ja auch irgendwie nach Südamerika abgehauen sein Und da untergetaucht sein Und niemand weiß halt darüber Bescheid Also ich glaube, da haben sich die Behörden wahrscheinlich eher nicht unbedingt abgesprochen untereinander Denn irgendjemand, sei es jetzt der Bewährungshelfer oder sonst jemand Müssen ja wissen, wo er sich gerade aufhält Auf jeden Fall wird der mediale Druck jetzt nun auch einmal höher Wenn halt dieser mehrfach vorbestrafte Bewährungsversager Der schon Gewalttaten auf dem Kehrpols hat Dann gewaltverherrlichen Texte im Internet Jugendlichen zugänglich macht Und aufgrund von einer fehlenden Altersverifikation Das dann für Jugendliche erreichbar ist Tja Rainer, das sieht dann eher schlecht aus für dich mit der Bewährung Wenn da was für dich dran ist Aber wir schauen mal, was da noch bei rumkommt So, dann wollen wir uns nochmal den Vlog 138 jetzt anschauen Denn da gibt es auch einiges zu erzählen Wir schauen den natürlich wieder beim Spiegellord, der nun die Nummer 19 hat Der Link ist natürlich wie immer auch in der Videobeschreibung unten angegeben Den Vlog hat er auf seinem Vlog-Kanal hochgeladen Weil er auf seinem Hauptkanal ja einen Strike kassiert hat Aber dazu werde ich gleich auch nochmal was sagen Fangen wir erstmal an Metal Leute, Servus und mein herzliches Willkommen beim Drachen Ja, heute, was gibt es? Man sieht im Hintergrund Ich muss die Hand rechts ein bisschen weiter rüber machen Man sieht im Hintergrund schon, um was es geht Um, äh Können wir auch so machen Ähm Ich muss hier rechts ein bisschen weiter rüber gehen Weil hier ist die Kamera schon zu Ende Ähm Ja, also es geht heute um den, äh Jetzt muss ich auch mir mal überlegen, wie ich das rauskriege Ähm Es geht heute um den, äh, Stream Um, äh, Quatsch Es geht heute um den Vlog Okay, er scheint ganz gut drauf zu sein Wirkt von den Augen her aber irgendwie wieder sehr müde Die Augen sind zumindest eher klein Aber bisher ist das ja noch das normale Maß, was wir so von ihm kennen Dafür, dass Rainer auf seinem Kanal aber einen Strike bekommen hat Wirkt er im Moment noch ganz fröhlich Äh, einige fragen sich wahrscheinlich wieder Äh, ihr macht das hier auf dem Vlog-Kanal was Da kommt doch sowieso nie was mehr raus Ähm Wir machen auf dem Vlog-Kanal deswegen weiter Weil ich aktuell auf dem Vlog-Kanal nichts machen kann Denn ich hab mal wieder einen Strike bekommen von den Hatern Das ist momentan noch in Arbeit, bla Muss ich jetzt mal dran schauen, was ich jetzt da umsetze Wie ich das jetzt mache Aber das sollte kein Problem darstellen, kriege ich wie üblich weg Ist ja das gleiche wie immer Also da gibt's nun einiges zu zu sagen Nummer 1, soweit ich weiß, wird Rainer den nicht wegbekommen Die 7 Tage kann er jetzt wirklich absitzen, auch mit seiner Einspruchsmöglichkeit Zum anderen, was du hier betreibst, Rainer, ist meiner Meinung nach eine Umgehung des Strikes Ihr wisst das ja auch Viele Hater machen das ja auch so Dass, wenn man einen Strike bekommen hat Das dann auf einem anderen Kanal hochlädt Weil für die Hater ja die Kanäle halt Wegwerfprodukte sind Ich habe ja als Backup auch einen zweiten Kanal Allerdings habe ich während meines Strikes dort nicht hochgeladen Weil YouTube da ziemlich pissig drauf reagiert Wenn Strikes umgangen werden Weil der Inhalt dann auf einem anderen Kanal hochgeladen wird Das kann dann ganz schnell mal zu einem Permaband führen Denn der Strike soll ja als Auszeit dienen Weil man etwas gemacht hat, was gegen deren Richtlinien steht Dafür ist das für die Hater halt so ein kleines Spiel mit dem Feuer Ob man das jetzt macht oder nicht Aber für Rainer, für den sein Hauptkanal halt kein Wegwerfprodukt ist Sondern der auf seinen Kanal angewiesen ist, um Geld zu verdienen Sagt hier sogar, dass er nun auf dem Vlogkanal hochlädt Weil er einen Strike auf dem Mainkanal hat Sowas dürfte sich kaum ein anderer YouTuber erlauben, wenn ihr mich fragt Denn er gibt ja sogar zu, dass er so den Strike umgehen möchte Und das ist laut YouTube-Richtlinien natürlich nicht gestattet Ich bin gespannt, ob da was passiert Aber ich gehe natürlich wieder davon aus Dass hier wieder die Hand über den Rainer aufgehalten wird Und er sich sowas wieder erlauben darf Aber nochmal, ich glaube, jeder andere YouTuber würde sowas nicht machen dürfen Und würde einen Permaband kassieren Wenn man sogar halt im Video noch ankündigt, dass man mit diesem Video jetzt diesen Strike umgehen möchte Aber ich kann jetzt eine Woche lang nicht streamen Außer der Strike wird vorher wieder das nur nichtig erklärt Aber auf dem Vlogkanal geht das natürlich trotzdem Und ich habe mir auch überlegt, da ich wieder ein bisschen mehr machen möchte Und ein bisschen mehr Videos machen möchte Ich habe übrigens ein bisschen leiser gemacht Nicht wundern Lautstärke-Regler heißt das Wort, Rainer So, ähm, genau Also im Prinzip ist es so Ich habe vor Wieder regelmäßig Vlogs zu machen Ich sage aber gleich dazu, dass die relativ langweilig werden Wahrscheinlich sogar noch langweiliger als früher Denn ich bin im Moment noch gebundener als früher Okay, das bedeutet, dass du keinen Content hast Aber langweiligere Vlogs als früher raushauen willst Nur um die Kohlen zu scheffeln Ohne irgendeinen Mehrwert zu bieten Merkst du, Rainer, dass dieses Konzept nicht wirklich aufgehen kann? Ich habe das Haus Ähm Wann habe ich das Haus letztes Mal verlassen? Ähm Vor einem Monat ungefähr Ich bin im Moment noch eingesperrter als je zuvor Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mir auch meine Rechner und meine PC-Sachen Begenommen wurden Weswegen ich noch weitere Probleme habe Und so weiter Ähm Alles im Moment ein bisschen schwierig Und jetzt ist es so, äh Dass ich mir belegt habe Ich mache wieder regelmäßige Vlogs Ähm Aber in diesen Vlogs kann ich nicht viel machen Weil es gibt eigentlich nichts zu machen Ich kann nicht über Irgendwelche Ausflüge berichten Weil ich habe keinen Führerschein mehr Ähm Für die Leute, die nur den Vlog haben Einfach vor allem mal kurz zusammenfassen In den letzten Monaten Oh, da bin ich ja mal gespannt Sei aber vorsichtig, Rainer Wenn du deine letzten Monate zusammenfasst Dann könntest du dir schnell in eine Depression stürzen So bescheiden wie diese für dich jetzt waren Aufgrund von deinen Taten Aber nochmal zu den Vlogs Wenn du keinen Content hast und nichts zu sagen hast Dann brauchst du halt auch keine Videos machen, Rainer Verstehst du eigentlich, wie YouTube oder generell die Arbeit mit Content funktioniert? Was denkst du denn, was diese Vlogs für Aufrufzahlen dann für dich haben werden? 5000 Aufrufe, sowie die Vlogs, wo du über deine Aschenbecher, die Tupperdosen oder eine Fernbedienung gesprochen hast? Wenn das nur noch langweiliger werden soll, wie du es ja schon gesagt hast Was denkst du denn, was das dann bringen soll? Soll es dir Spaß machen, so wie du das ja immer verkaufst, warum du YouTube machst? Nein, natürlich nicht Das soll dir die letzten paar Kohlen bringen, die du brauchst, um einer richtigen Arbeit zu entgehen Und daran sieht man halt das, was sowieso schon alle wissen, aber du immer gerne anders darstellen möchtest Du machst YouTube nicht aus Spaß, sondern nur aufgrund des Geldes wegen Ähm, vor Gericht wurde ich ja freigesprochen Moment, was? Nein, Rainer, du wurdest nicht freigesprochen Aber dass er das auch wieder denkt, ist das große Problem Rainer versteht nicht, was eine Bewährung bedeutet Das habe ich ja auch schon mal gesagt Er muss sich in dieser Zeit bewähren, dass er nicht mehr diese Straftaten begeht Zum Beispiel gewaltverherrlichendes Verhalten an den Tag legt Du bist verurteilt worden, Rainer Aber der Richter, den ich bis heute noch nicht verstehen kann Hat dir halt gesagt, du bekommst trotz der Verurteilung eine Chance, sich zu beweisen Dass du es besser kannst, bevor du in den Knast gehst Das ist kein Freispruch Du bist schuldig gesprochen worden Sonst hättest du ja auch keine Bewährungsstrafe bekommen Aber Rainer versteht das wieder nicht Und das ist auch der Grund, warum er meiner Meinung nach auch keine Bewährung hätte bekommen sollen Denn für ihn ist das wie ein Freispruch Und keine Chance, sich zu bewähren und zu beweisen So wie es die Gesellschaft halt sieht Dann bin ich mit meiner Verlobten durchs Land gefahren Hab mir ein paar Sachen angeschaut Oder wir haben uns ein paar Sachen angeschaut und so weiter und so fort Wurden von Hatern verfolgt und gejagt Das übliche eben Und am Ende war es dann so, dass ich meinen Führerschein abgeben musste Ich musste den Führerschein deswegen abgeben Weil die Verkehrsbehörde einem den Führerschein aberkennen kann Beziehungsweise eine MPU anfordern kann Wenn man den Verdacht erregt Wenn man den Verdacht erregt, dass man besonders aggressiv ist Das hat nicht einmal was mit dem Straßenverkehr Oder mit meinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun gehabt Dass ich meinen Führerschein abgeben musste Das geile ist, mit der MPU Das gab einige Schwierigkeiten Das hat eigentlich geheißen Ich kann bis nach der Verhandlung warten Dann hat es aber geheißen Das geht ja bis nach der Verhandlung Das wurde mir aber nicht mitgeteilt Da gab es einige Kommunikationsschwierigkeiten Und zu leiden, darin habe nun mal wieder ich Dieses Narrativ Als wenn alles falsch läuft Aber Rainer da keine Schuld dran hat Rainer, du hattest schon vor dem Kauf deines Rangers Spätestens im Dezember 2021 Die Infos, dass du eine MPU machen musst Das übrigens vollkommen zu Recht Denn wir kennen ja auch die Bilder von der Wiese vom ASB Wo er sich festgefahren hat Und dann mit dem Auto auf die Besucher drauf gehalten hat Aber nochmal zur MPU Du hattest die damals machen können Ganz einfach Dann sagst du, die wurde erlaubt Das nach der Verhandlung zu machen Aber später haben die gesagt Das darfst du dann doch nicht mehr Okay, wo sind die Unterlagen, die das belegen, Rainer? Wo hast du dir das schriftlich geben lassen Dass du die MPU später machen kannst? Hast du die nicht schriftlich geben lassen? Ja, dann ist das halt alles lülülü von dir Und du bist schuld Niemand anderes Das heißt also bisher MPU nicht gemacht Deine Schuld Führerschein abgenommen worden Aufgrund von gefährlichem Verhalten Auch deine Schuld Bisher ist also nur eine Person verantwortlich Für die Probleme, die Rainer in seinem Leben hat Und zwar Rainer selber Die MPU zu machen wäre für mich kein Problem gewesen Ich hatte vor, die zu machen Ich hätte die auch umgesetzt und alles Es war aber alles geplant erst nach der Verhandlung Und dementsprechend habe ich meine Planung gesetzt Sorry, ich muss nochmal unterbrechen Die MPU wäre kein Problem gewesen für dich Wir sind uns glaube ich alle einig Dass er zu 100% die MPU nicht geschafft hätte Da bin ich mir wirklich sowas von sicher Dass gerade er das nicht hinbekommen hätte Und dann hat es aber nicht funktioniert Dann wurde gesagt Dass die Person, die das Gutachten machen will Also der Psychologe Den ich da beauftragen wollte Für das Gutachten Dann hat es geheißen Obwohl es vorher abgesignet war Und gesagt hat, dass das funktioniert Hat es dann geheißen Dass er die MPU nicht machen darf Warum auch immer Im Großen und Ganzen heißt es Letzten Endes Ich habe mein Führerschen abgeben müssen Weil Mal wieder gesagt wurde Dass ich irgendwas nicht gemacht hätte Obwohl ich eigentlich alles in Bewegung gesetzt habe Damit es funktioniert Aber das hat dann letzten Endes nicht funktioniert Weil mir mal wieder falsche Informationen mitgeteilt wurden Wie es so oft in den letzten Jahren der Fall war Boah, ist das übel Rainer ist natürlich nie selber schuld Immer sind es alle anderen, die ihm böse mitspielen Rainer, wenn dir das mitgeteilt wurde Halt die Brief oder Unterlagen doch mal in die Kamera und zeig es Aber das kannst du nicht, weil du halt nichts hast Du hast irgendwas mitbekommen, was mal gesagt wurde Hast dir da was Falsches von zusammengesponnen Und meinst nun, alle anderen sind schuld Aber du Rainer, du bist alleine daran schuld Weil du dir nichts Schriftliches hast geben lassen Dass so etwas Wichtiges wie die MPU Für jemanden, der nur noch mit seinem Auto unterwegs ist Nach der Verhandlung ausreicht Ganz davon zu schweigen Wenn du seit Dezember 2021 davon weißt Dass du eine MPU machen musst Warum machst du das dann nicht sofort? Sofort damit anfangen und hinter dich bringen Bevor du im März die Verhandlung hast Das waren auch noch ein paar Monate Zeit, die du da hattest Du hattest da schon den Plan rumzureisen im Ranger Warum nicht vorausschauend planen Sondern lieber wieder alles auf den letzten Drücker machen Weil du das Problem bist Rainer und niemand anderes Am Ende ist es jetzt so, dass ich dann mein Auto verkauft habe Mit kurzer Hand, weil es ging ja nicht anders Und mich versteckt habe Man muss es wirklich so sagen Weil es kann man echt nicht anders behaupten Was mir in diesem Stream auch wieder auffällt Er wackelt wieder mit seinem Fuß Was er damals in der Schanze auch immer gemacht hat Das hat er in den letzten Streams aber nicht so offensichtlich gemacht Zum Beispiel in diesem Laber-Stream Wo er seine E-Zigarette geraucht hat Und so oft entspannt gemacht hat Ich habe das Gefühl, dass wenn er sich innerlich unwohl fühlt Also wenn er sich etwas in Rage redet Weil er irgendwelche negativen Themen anspricht Dies Wackeln mit dem Bein wieder zunimmt Zumindest in letzter Zeit Es wurde in den letzten Monaten Wiederholt behauptet Ich sei da und da Dabei stimmte das null Mit meiner Verlobten ist Schluss Teils wegen privaten Problemen Teils wegen den Hatern Teils wegen meiner Sache mit dem Führerschein Und 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 Achso, letztens hieß es doch noch Aufgrund von deiner Eifersucht Nun doch wieder die Hater schuld Und dein Führerschein auch Naja, dann war das ja wahrscheinlich nicht so die große Liebe Mit der man sich hätte sofort verloben sollen, oder? Und Im Moment ist es jetzt aber so Dass es halt alles jetzt so funktioniert hat Wie ich mir das vorgestellt habe Es ist schwierig Sein Leben auf die Reihe zu kriegen Wenn eigentlich alle und jeder Versucht dagegen was zu machen Ähm, der Witz ist Ich wurde vom Gericht ja freigesprochen Bis auf einen Fall Nein, Rainer Es waren mehrere Fälle Gefährliche Körperverletzungen Beleidigungen in mehreren Fällen Bezüglich der P.I.N.E.A Du bist nur beim Taschenlammendulli freigesprochen worden Und ich glaube bei Medizinstudenten auch Aber beim Schanzensturmhäder zum Beispiel Bist du verurteilt worden Und natürlich auch bei mehreren Punkten Was die P.I.N.E.A betrifft Bist du verurteilt worden Das musst du dann auch schon richtig wiedergeben So ist es halt nur wieder die halbe Wahrheit Wenn du zum Beispiel die Beleidigungen Gegen die P.I.N.E.A weglässt Also es gab 5 Fälle Wegen gefährlicher Körperverletzung Ich wurde in 4 von 5 Fällen freigesprochen Ähm Und der 4. wurde Gnädig bewertet Ähm Ich habe jetzt 2 Jahre Bewährung Was ungewöhnlich an sich ist Was noch ungewöhnlicher ist Dass ich 2 Jahre auf Bewährung gekriegt habe Obwohl ich 2 Jahre auf Bewährung hatte Zu dem Zeitpunkt, als die Vorfälle waren Kurz gesagt Meine 2 Jahre Bewährung Fallen jetzt Wieder in die Situation Dass ich wieder auf Bewährung bin Und deswegen entsprechend aufpassen muss Ja die Beleidigung Die er begangen hat Gegen die Polizei Lässt er hier mal wieder Schön unter den Tisch fallen Aber auch schön Dass er hier sagt Er muss jetzt aufpassen Nachdem er seinen Blog veröffentlicht hat Dieses Material ohne Altersprüfung Minderjährigen zugänglich gemacht hat Und die Polizei jetzt gegen ihn ermittelt Wegen Verbreitung Gewaltverherrlichendem Material Aber jetzt muss er aufpassen Kann man sich nicht ausdenken Das hat aber die MPU Beziehungsweise die Führerscheinstelle Nicht interessiert Und Hat dazu geheißen Ich muss die MPU machen Und das Problem ist Jetzt muss ich nicht nur die MPU machen Das ist jetzt der neueste Situationsfall Ich muss jetzt die MPU machen Ich muss Äh Kommen Sie mal nach vorne Und zeigen Sie uns mal die stabile Seitenlage Hier an der Puppe Da wird der Mund auf subatomare Größe zusammenschrumpfen Der Seetest sollte kein großes Problem sein Im Normalfall Man kann auch einen Tageskurs glaube ich machen Das geht glaube ich auch Ähm Aber das Problem ist ja immer Umso länger ich rausgehe in die Öffentlichkeit Umso länger wird man Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit Dass man mich irgendwo sieht Oder irgendwo entdeckt Und im Moment möchte ich Weder meinen Aufenthaltsort Noch irgendeine Umgebung davon machen Zudem weiß ich auch nicht Ob ich in Ob ich zurück nach Ähm Soll ich sagen Zurück nach Deutschland Äh Auch weiß ich nicht Ob ich zurück nach Ähm Nach Ähm Bayern soll Und in Bayern dann mein Ähm Um das dann Im Landkreis Neustadt Wo ich hier geboren wurde Wo auch mein Führerstand mir entfernt wurde Ob ich das da machen muss Ähm Mit der Mit der Gesundheitstest und so weiter Oder ob ich das irgendwo in Deutschland machen kann Also auch hier wo ich jetzt gerade bin Ähm Was ja nicht so um die Ecke ist In meinem ursprünglichen Wohnort Aber es ist auf jeden Fall so Ähm Okay Alleine diese Aussage zeigt wieder Dass Rainer in Neustadt ist Oder in der näheren Umgebung Also wird er wieder an der Stelle sein Wo er sich mit seinem IP Leak Damals auch geleakt hat Vor einiger Zeit Aber nochmal zur MPU Er scheint sich damit ja ein bisschen Beschäftigt zu haben Zumindest mit den Anforderungen und sowas Er sagt ja Es ist kein Problem Diesen Punkt zu schaffen Dann muss er sich halt nur noch Um diesen anderen Punkt kümmern Rainer Ganz ehrlich Ich kann dir die Illusionen Mal gleich nehmen Du bekommst deinen Führerschein Niemals wieder Und das meine ich nun gar nicht Um dich zu triggern oder so Sondern das ist meine ganz ehrliche Meinung Kein Psychologe der Welt Wird dir bestätigen Dass du die MPU bestehst In deiner aktuellen Verfassung Sag ich dir ganz ehrlich Die sind geschult darauf Fragen zu stellen Die deine negativen Angelassenen Punkte hervorkitzeln Und wenn du dich da einmal Falsch ausdrückst Und das würdest du zu 1000% Dann war es das mit dem Psychologischen Gutachten für dich Du wirst das niemals bestehen Das ist kein einfacher Führerscheintest Den du da machen musst Aber das ist halt auch wieder Diese Selbsteinschätzung Dass er wirklich glaubt Er schafft das Wo ihm jeder Außenstehende Der weiß Wer Rainer Winkler ist Und wie er tickt Vermutlich sagen würde Die Chance für ein erfolgreiches Bestehen der MPU Sind bei 0% Was mache ich da jetzt am schlauesten Also kann ich das machen Kann ich das nicht machen Jetzt im Moment habe ich das Problem Ich habe nicht mal mehr Irgendeine Telefonnummer Weil ich ja meine ganzen PC Sachen Und so weiter abgeben musste Also bin ich jetzt Sitze ich jetzt noch länger Auf dem Trockenen Neues Auto kaufen Wäre ja kein Problem Genug Geld habe ich Aber Auch die MPU selber machen Wäre kein Problem Aber das Problem ist auch Die MPU geht auch Über mehrere Wochen Oder sogar über mehrere Monate Dann muss man einen MPU Vorbereitungskurs machen Auch das dauert mindestens Ein viertelhalbes Jahr Das heißt ich kriege Meinen Führerschein Wenn ich Glück habe Nächstes Jahr Zu meinem Geburtstag wieder Ich möchte an der Stelle Noch kurz anmerken Dass ich jetzt Eine riesen Schweinerei finde Dass man mir Den Führerschein aber kennt Weil ich mich Vor meiner eigenen Haustür wäre Das haben wir ja schon So oft durchgekaut Das ist sowieso eine Sache Das ist für mich Das ist Und jetzt steigt Der MedLevel wieder an Rainer redet sich wieder Etwas in Rage Weil er sich ungerecht behandelt fühlt Wobei es halt Jeder weiß Dass er der einzige Schuldige an seiner Situation ist Nach all den Jahren Ist das für mich Immer noch voll der Film Das ist für mich Noch immer Nicht real Ich habe Zehn Jahre lang Mich von meiner eigenen Haustür Von meinem eigenen Haus Musste ich mich verteidigen Über zehn Jahre Gegen hunderte von Menschen Tagtäglich Und am Ende Was ist passiert Du hast dich strafbar verhalten Weil du nicht Auf die Polizei gehört hast Und weil du dann Die Polizei beleidigt hast Und dadurch wurde dir Vollkommen zu Recht Dann auch der Führerschein entzogen So einfach ist das Rainer Am Ende habe ich dann Anzeigen ohne Ende bekommen Hab meinen Führerschein aberkannt bekommen Hab mein Haus verkaufen müssen Hab viele andere Sachen gehabt Wo ich mich immer dagegen wehren musste Kurz gesagt Letzten Endes Ist das eigentlich ein totaler Witz Ich habe im Prinzip Obwohl ich Obwohl ich eigentlich mit YouTube Voll Kohle verdiene Obwohl ich eigentlich Ein richtig schönes Leben Führen können müsste Jetzt nicht unbedingt Irgendwie reich oder so Hab ich aber auch nie vor gehabt Aber eigentlich Ich müsste mir Ein richtig schönes Haus kaufen können Ich müsste da Einen richtig schönen Garten haben können Vielleicht sogar Eine erste Etage Und einen Keller Vielleicht auch sogar Einen Dachboden Mit ein oder zwei Großen Garagen Für Autos Mit einem wunderschönen Auto Mit einer wunderschönen Naja wunderschönen Frau Ist natürlich dann wieder Letzten Endes die Frage Mit einer Frau Mit zwei, drei Kindern Und das alles Müsste ich mir ohne Probleme Leisten können Rainer, ich sage dir das gerne nochmal Du konntest dir das nur leisten Von YouTube zu leben Weil dein Content der Hate war Du musst das so sehen Dass umso mehr Hate du abbekommst Du auch mehr Kohlen auf YouTube machst Hast du weniger Hate So wie jetzt im Moment Weil du dich halt versteckst Dann hast du auch weniger Kohlen Auf YouTube Weil du halt uninteressant wirst Und du sagst es am Anfang ja auch Du hast kein Content Du weißt nicht was du bringen sollst An Videos Erzählst hier aber Du müsstest eigentlich Ein viel besseres Leben haben Aufgrund von YouTube Einnahmen Nein Rainer Du hast das Leben Was du gegen die Kohlen eintauscht Und das machst du freiwillig Du wirst niemals das eine Ohne das andere haben Du wirst niemals YouTube Kohlen Ohne den Hate haben Zu 100% Denn der Hate Ist dein einziger Content Der dir die Kohlen einbringt Da gibt es nichts anderes Mal ein kleines Gedankenspiel Stell dir mal vor Der Hate wäre von heute auf morgen Komplett weg Zu 100% Alles weg Meinst du Du hast die Qualität Auf deinem Kanal Dass du dann noch Aufrufzahlen bekommst Wenn ihr mich fragt Zu 100% Nein Du lebst davon Dich als Mobbingopfer hinzustellen Und sobald der Hate weg wäre Hättest du vielleicht Noch 500 Aufrufe pro Video Weil doch irgendjemand hofft Dass der Hate wiederkommt Sonst würde nichts mehr passieren Andere YouTuber Die weniger Abonnenten haben Als ich Aber nur von YouTube leben Die können sich das leisten Weil die nicht Belangt werden von Leuten Aber für mich ist das Absolut nicht real Für mich ist Mein ganzes Leben Ist eine einzige Katastrophe Ich kann nichts machen Was andere YouTuber Oder andere Streamer Machen können Ich kann nichts machen Was normale Menschen Machen können Hier dann noch Rainers Einwurf Um das kurz zusammenzufassen Ich könnte es mir leisten Aber ich kann es nicht umsetzen Weil ich immer Besuch von Hatern hatte Der Fehler ist halt Dass er sich mit anderen YouTubern vergleicht Die richtigen Content liefern Das macht Rainer halt nicht Will aber trotzdem Das Leben von denen haben Und das wird halt niemals passieren Und das einfach nur Weil irgendwelche Spinner Im Internet meinen Gerechtfertigt zu sein Wenn sie mich angreifen Oder verletzen Oder meine Mitmenschen Oder meine Mitleute verletzen Ich meine Ich möchte jetzt an der Stelle Kurz anmerken Man hat jetzt In den letzten Monaten Gesehen Wie krank Diese Menschen sind Was für asozial Bösartige Menschen Die Hater eigentlich Wirklich sind Denn mal abgesehen Von Mir Mich Den sie angegriffen haben Haben die Sämtliche Hotels Sämtliche Pizzerien Sämtliche Teilweise Ich glaube sogar Irgendwelche Psychiatrischen Anstalten Obwohl ich da nie war Weil die Hater Immer noch in ihrem Kopf haben Dass ich psychisch krank Und psychisch instabil bin Obwohl es nicht stimmt Na das ist ja im gerichtlichen Gutachten festgestellt worden Rainer Dass du zum Beispiel An Paranoia leidest Daher wollen wir mal Bei der Wahrheit bleiben Auch wenn dir das Zunehmend schwerer fällt Nachweislich Nicht stimmt Ähm Und ich auch ein Gutachten Dafür habe Ja Also Ich habe auf meinem Hauptaccount Vor kurzem ein Video Gemacht Wo ich gesagt habe Was mein IQ ist Ähm Wo ich allerdings Nicht erwähnt habe Wie hoch der IQ Selber ist Also mein IQ liegt Nachweislich Bei 85 Allerdings Wurde dazu auch gesagt Dass ich halt Aufgrund meiner Lernschwäche Dementsprechend Äh Probleme habe Also ist es nachvollziehbar Dass mein IQ In der Hinsicht Im Keller ist Aber Es wurde auch gesagt Dass ich in anderen Bereichen Besonders gut abgeschnitten habe Und das war nur Ein kleiner IQ Test Das war gar kein großer Ja dann mach doch mal Ein Video über diesen IQ Test Zeig mal In welchen Bereichen Du gut abgeschnitten hast Und in welchen nicht Das ist alles Lü 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 Rainer Wie wäre es denn Wenn du es mal richtig stellst Dann hättest du Ja auch mal ein Thema Wo du in deinem Blog Drüber sprechen kannst Zeig uns mal In welchen Bereichen Du dann richtig gut bist Wie du das sagst Da wäre ich nämlich mal Richtig gespannt Das heißt im Klartext Und Und 85 Ich meine Das muss man sich übrigens Auf der Zunge zu gehen lassen Ich möchte das hier An dieser Stelle noch anmerken Die Hater werden wieder anmerken Mit 85 ist ja kein Wunder Dass das so ein Idiot ist Ich würde anmerken Mit einem IQ von 85 Habe ich mehr erreicht Als die meisten Hater Weil ich bin nämlich nicht Der Der her geht Und andere Leute angreift Und dafür im Internet Gefeiert wird Ich habe es nicht nötig Irgendwas zu machen Um mich feiern zu lassen Habe ich nie nötig gehabt Ich mache mein eigenes Ding Schon immer Da muss ich ja gerade Ein wenig schmunzeln Wir alle wissen Dass Rainer die Aufmerksamkeit Absolut braucht Um sich besser zu fühlen Und hey Ich bin ganz ehrlich In seiner Situation Kann man das auch Ein wenig verstehen Ich meine Er hat ja auch sonst halt nichts Dann aber zu sagen Er hat die Aufmerksamkeit Nicht nötig Finde ich halt schon hart lächerlich Und ich habe ja im IQ Von 85 Mehr Abonnenten Als 100 Hater Kanäle Mit einem IQ Von durchschnittlich Sagen wir mal 90 Bis 100 Ich weiß nicht Was ist eine durchschnittliche IQ 95 90 Dass du das alleine Schon nicht weißt Zeigt dir Dass du dich nicht Mit diesem Ergebnis Auseinandergesetzt hast Warum nimmst du nicht mal Diese Ergebnisse Des Gutachtens Und bewertest dich mal Selbstkritisch Ob da irgendwas wahres Dran sein kann Deiner Meinung nach Das wäre mal ein Schritt In die richtige Richtung Ich bin ja auch nur leicht Und am Durchschnitt Hat es geheißen glaube ich Ich weiß nicht Was der Standard IQ ist Das kann ich eigentlich Mal schnell googeln Wartet mal So mal sehen Standard IQ Deutscher Zertifikat IQ Test Ähm Ne Test wollte ich nicht machen Ah hier Schaut mal Ähm Bum 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 Deutschland ist nicht Immer auf dem ersten Platz Äh Deutschland ist auf dem Platz 15 Mit einem IQ von 100 Also ich bin nicht leicht drunter Ich bin schon ein ganzes Stück drunter Aber trotzdem Ja du bist schon ein ganzes Stück Da drunter Aber im Normalfall Ist man mit 85 So kenne ich das halt noch Äh genau auf der Grenze Wo du als niedriger Durchschnitt giltst Aber ich glaube da gibt es auch Verschiedene Vorgaben Je nachdem wo man das macht Generell kann man aber sagen Dass wenn man so einen IQ Test macht Und das mal nach der Gaussian Normalverteilung Auch anschaut Du auf jeden Fall schon Im unteren Bereich zu finden bist Und das ist ja auch nicht schlimm Wenn du nur halt trotzdem In der Lage wärst Deine Fehler einzusehen Und nicht immer die Umwelt Für deine Probleme Verantwortlich machen würdest Dann könntest du halt auch Mit einem IQ von 85 Ein wunderbares Leben führen Also wenn man mal davon ausgeht Dass der Standard Deutsche Ein IQ von 100 hat Und man darüber nachdenkt Dass ich als Legastheniker Äh mit meinem YouTube Kanal Mehr Abonnenten Und mehr Reichweite Generiert habe Ähm Dann ist das schon heftig So Und äh Jetzt müsst ihr mal Darüber nachdenken Rainer wenn dir das hilft Dann rede dir das gerne ein Dass du es in deinem Leben Weitergebracht hast Als alle anderen Weil du auf deine Abonnenten So abgehst Ich könnte auch jetzt Irgendwie 500 oder 1000 Euro Investieren in irgendwelche Bots Und habe morgen auch 200.000 Abos Das interessiert dann halt Aber auch keinen Schau dir doch mal bitte Dein aktuelles Leben Als Ganzes an Das ist ein Messwert Der für seine Lebensqualität Und Erfolg im Leben Angenommen werden kann Da interessiert es halt niemand Ob du 200 200.000 Oder 2 Millionen Abos hast Wenn du ein Leben führst Wie du es jetzt gerade führst Dann ist das kein Erfolg Der für ein Leben Irgendwas Positives darstellt Und umso schneller Du das begreifst Umso mehr Zeit bleibt Dir dein Leben Nochmal rumzureißen Aber von Einsicht Ist hier ja nicht viel zu sehen Jetzt müsst ihr mal Darüber nachdenken Was mir die Leute Immer an den Kopf werfen Dass ich so dumm bin Und so weiter Ja von meinem IQ Test her Bin ich es vielleicht Aber Sozial gesehen Bin ich deutlich höher Als die Hater Weil allein Ich habe es heute Jemandem geschrieben Heute hat mir jemand Auf Whatsapp Eine Nachricht geschrieben Oger Da habe ich geschrieben Ja Lieber ein menschenfressender Dämon Als ein Mensch Der andere Menschen frisst Seit wann ist denn Ein Oger ein Dämon Und Rainer Wenn du sagst Dass du sozial mehr drauf hast Als die Hater Ich bitte dich Klar triggern dich gerne Viele Leute Aber du willst doch Nicht sagen Von dir selbst Dass du im sozialen Bereich Auch nur irgendwas drauf hast Ich erinnere nochmal An die Geschichte Wo dir ein Bärchen gesagt hat Dass sie selbst schon Freunde durch den Suizid verloren hat Und deine Antwort darauf war Du hörst dich eng an Soviel zum Thema Soziale Fähigkeiten Rainer Denk mal drüber nach So Damit war jetzt nicht gemeint Dass er ein Kannibale ist Oder sowas Sondern damit war gemeint Dass sich die Menschen Die Gesellschaft Untereinander gegenseitig auffrisst Wenn man zum Beispiel mal Excel nimmt Ja Nicht Excel Entschuldigung Tanzverbot Tanzverbot hat seinen YouTube Kanal Ich weiß Jetzt muss es wieder Werde ich wieder angemault Aber Tanzverbot Und das ist Fakt Das kann man nicht leugnen Tanzverbot hat seinen YouTube Kanal Dadurch aufgebaut Dass er auf anderen Leuten Rumgehackt hat Oder auf andere Leute Rage gegangen ist So Und damit hat er natürlich Extrem ins Schwarze getroffen Weil viele Leute Einfach das feiern Ich hab das ja auch schon mal gesagt Was der Zünder für die Bekanntheit ist Muss ja nicht das sein Was deinen Kanal Auf Dauer groß macht Excel und Tanzverbot Und 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 Haben sich halt dahingehend geändert Dass sie ein viel breiteres Publikum Nun ansprechen können Mit ihrem Content Als mit dem Was sie noch vor ein paar Jahren Vielleicht gemacht haben Und das schaffst du halt nicht Weil du halt keinen eigenen Content hast Das ist das Problem Rainer Du entwickelst dich nicht weiter Du stehst noch immer da Wo eigentlich ein Kanal Mit 50 Abos stehen sollte Daher bist du trotz deiner 190.000 Bots In den Abos Kein großer YouTuber Das zeigen ja auch deine Aufrufzahlen Das sollte dir auch mal klar werden Kurz gesagt Er hat dafür gesorgt Dass Menschen Menschen fressen Ne Im übertragenen Also nicht im wörtlichen Sinne Sondern im übertragenen Sinne So Die Menschen hassen Und lieben es zu hassen Und Ja Wenn man jetzt mal Mein Content anschaut Ja Ich reg mich ständig Über diese Leute auf Aber Mir wird vorgeworfen Dass ich provoziere Wo genau provoziere ich Weil ich meine Meinung äußere Klar Deine Meinung kann doch provozierend sein Rainer Wenn du sagst Die Hater sind alles Idioten Und die bringen es nie so weit Wie ich es mit meinem Kanal geschafft habe Dann ist das eine Provokation In Richtung der Hater Dass du das nicht verstehst Nach all den Jahren Ist einfach kaum zu fassen Wirklich Er dreht sie einfach nur im Kreis Und bekommt es nicht hin Wirklich mal die Probleme zu sehen Ich wusste nicht Dass meine Meinungsäußerung Verboten ist Das ist so eine Sache Die ich nie ganz nachvollziehen konnte Vielleicht liegt es ja An meinem geringen IQ Ja das ist gut möglich Dass es an deinem IQ liegt Denn deine Meinungsäußerung Ist nicht verboten Zumindest meistens nicht Ab und an hast du ja auch schon mal Sachen gesagt Die verboten sind Aber im Normalfall Ist das natürlich nicht verboten Das heißt aber nicht Anderen dürfen das nicht Weil das ja Mobbing ist Nein das ist kein Mobbing Das ist meine Meinungsäußerung Die ich auch in diesen Videos Hier wiedergeben darf Da habe ich eine perfekte Entschuldigung Das ist nicht irgendwie Ich das nur sarkastisch gemeint habe Das muss doch nicht sein Dass man dann die ganze Zeit Auf Leuten herumhackt Nur weil einem irgendwas nicht passt Das funktioniert doch so nicht So kann man das doch nicht machen Das werde ich nie verstehen Wie man so sein Leben aufbauen kann Und ich habe mein Leben Ursprünglich hatte ich Mein Kanal-Content Mal auf die letzten Jahre verfolgt Ich habe angefangen Mit Headbang-Videos Habe dann über verschiedene Unterhaltungs-Videos Und Comedy-Videos Blödsinn-Videos Und Schauspiel-Videos Also was heißt Schauspiel-Videos Ich meine sowas wie Kunst für den Idioten Und so weiter Oder auch 400 Metal Das ging ja eher in die Richtung Schauspielerische Kunst Wobei Kunst in meinem Fall Wahrscheinlich eher Ein subjektiver Begriff ist Aber was ich damit meine ist Es ist Schwachsinn Dein Content? Der von damals nicht unbedingt Ich meine klar Ist das auch Schwachsinn gewesen Aber damit hättest du dir Echt was aufbauen können Weil du halt Leute Hattest Die sowas wie Vier Drachen in der Schanze Oder so wirklich sehen wollten Was du da fabriziert hast Aber stattdessen Machst du dann Vlogs Zu deinem Aschenbecher Oder einer Tupperdose Und wunderst dich Warum sich niemand Für deinen Content interessiert Es ist Schwachsinn Wie Dass wir damals Dargestellt wird Und so weiter Ich bin schuld daran Dass die Hater Das und das machen Ich bin nicht der Der die Hater dazu Zwingt In irgendwelchen Hotels Anzurufen Und die so lange Zu belästigen Bis die jemanden Rausschmeißen Der bei ihnen Zufällig zu Gast ist Ich bin nicht der Der bei irgendwelchen Firmen anruft Und hunderte von Pizzen Irgendwohin bestellt Wo ich jemanden Vermute Weil damit schade ich Dem Unternehmen Und vielleicht auch noch Dem Hotel Und vielleicht auch noch Dem Lieferservice Der vielleicht noch Unabhängig davon ist Ne du bist nicht derjenige Der das macht Genauso wenig wie ich Oder 99% aller anderen Hater Das ist nur ein ganz kleiner Teil Der das macht Aber du verallgemeinerst Das halt wieder alles Und scherst wieder alle Über einen Kamm Auch diejenigen Die berechtigte Kritik An dir äußern Und daher wirst du dich Niemals weiterentwickeln können Weil du keine berechtigte Kritik zulässt Denn für dich sind halt Alles die gleichen Hater Ja In den letzten Jahren Oder in den letzten Monaten Hat man es gesehen Ich bin in einem Hotel Die Leute finden Durch Zufall raus Wo ich bin Und dann stehen da Leute 20, 30, 40 Leute Rufen da alle 5 Sekunden an Und gehen dann da voll ab Und schreien da rum Und keine Ahnung Und dann haben wir die Leute Die dann da ständig Pizzas hinbestellen Oder in einem Hotel Im Excelsior Hotel In Nürnberg zum Beispiel War es so Da haben die dann Hunderte von Zimmern gebucht Oder auch in Werne War es genauso Da wurden Hunderte Von Zimmern gebucht Ach Rainer Hunderte von Zimmern Wurden gebucht Das glaubst du doch Selbst nicht So ein Schwachsinn Klar ist sowas blöd Finde ich auch Aber diese Übertreibung Macht dieses ganze Argument Wieder halt komplett lächerlich Weil man dir das Einfach nicht glauben kann Wurde aber letzten Endes Natürlich ist das alles Daneben gegangen Weil die einfach nicht Gebucht wurden Also weil die nicht Benutzt wurden Und Ich weiß nicht Das war halt die ganze Zeit so Egal was man gesagt hat Egal was man gemacht hat Egal wo man hin ist Völlig egal Völlig irrelevant Weil letzten Endes Ist es jedes Mal Dasselbe Käse gewesen Oder zum Beispiel Oder zum Beispiel Das Unternehmen Was mein Auto In Werne Abgeschleppt hat Weil Das ja nicht mehr Funktioniert hat Beziehungsweise Funktioniert hat es Aber Das Auto wurde Abgeschleppt In Werne Weil es vom Parkplatz wächst Heute Und Mich Hat es fast 800 Euro gekostet Ja das musste ich Ja selber zahlen Hat ja keiner Sonst gezahlt Aber das Unternehmen Selbst hat An noch größeren Schaden gehabt Weil Die ganzen Hater Da versucht haben Anzurufen Und Scheiße zu bauen Und mit dem Auto Und keine Ahnung Und ich weiß nicht Was noch alles Wie kannst du denn da Den monetären Schaden Auf über 800 Euro Schätzen Wenn da ein paar mal Angerufen wurde Wie kommst du denn Darauf Rainer Erzähl mal Ach und die 800 Euro Die du als Schaden Hattest Lag halt nicht direkt An den Hatern Sondern an dem Zimmer Was du nicht bezahlen Wolltest Und am Hotelbesitzer Der dann da Dein Auto hat Abschleppen lassen Klar das kann man Im Nachhinein auch Wieder den Hatern Zu rechnen Weil die halt Vor Ort waren Und diesen Stunk Gemacht haben Aber bei dir Hörte es sich jetzt so an Als wenn die Hater Dafür verantwortlich waren Dass das Auto Abgeschleppt wurde Und das hättest du Halt ganz leicht Verhindern können Wenn du beim Hotelbesitzer Einfach dein Zimmer Ganz normal bezahlt hättest Was du halt gebucht hast Nichts Nichts Ähm Es ist einfach Total daneben gewesen Die Leute haben So einen Scheiß verzapft Und so einen Scheiß gebaut Dass da Riesiger Riesiges Problem Entstanden ist Es ist für das Hotel Problem entstanden Es ist für den Abschleppdienst Problem entstanden Ich hab 800 Euro Zum Fenster rausgeworfen Wegen der ganzen Aktion Ähm Ja Und weiter Das ist halt genau das Was ich meine Jetzt machen sich die Hater Machen sie jetzt zum Beispiel Lachen jetzt die Hater Über das Wort Und weiter Ja Das ist zum Beispiel Auch so eine Sache Die ich nicht nachvollziehen kann Weil ich sag und weiter Dann lachen sich die Hater Den Arsch über diesen Satz ab Ich weiß ja nicht Wie es euch geht Aber ich habe immer Irgendwie ein Grinsen Im Gesicht Wenn Rainer anfängt Sich in Rage zu reden Wegen irgendwelcher blöden Themen Wie zum Beispiel dieses Und weiter Und dann lachen sie über mich Mit einem IQ von 85 Wo ich mich frage Mit einem IQ von 85 Man muss es nochmal erwähnen Mein IQ mit 85 Ich frage mich Was ist daran witzig Okay gut Vielleicht verstehe ich es nicht Weil ich eben ein IQ von 85 habe Aber Sorry Den Witz versteht nicht mal jemand Mit einem IQ von 100 Zumindest kenne ich niemanden Mit einem solchen IQ Der das versteht Also ich kenne jemanden Mit solchen IQs Aber nicht jemand Der das versteht Der so ein IQ hat Ich habe sogar Einen Kumpel Der hat einen höheren IQ Das weiß ich Der hat 100 Was hat er der 125 glaube ich Ne Blödsinn So und das ist nochmal Ein wichtiger Punkt Meiner Meinung nach Falls ihr es gerade Nicht richtig mitbekommen habt Spult nochmal zurück Und schaut euch Die letzte Minute nochmal an Er redet vom IQ Will sein Argument Unterstreichen Und er findet Eine Story über einen Freund Der einen IQ von 125 hat Er merkt dann aber Dass er überhaupt Keine Ahnung hat Ob 125 nicht Ein extrem hoher Oder doch nur Ein etwas überdurchschnittlicher IQ ist Also er weiß nicht Ob 125 überhaupt möglich ist Weil er sich damit Halt nie beschäftigt hat Das merkt er dann Dass ihm das vielleicht Negativ wieder ausgelegt Werden kann Und sagt dann selber Ne Blödsinn Um das halt als Scherz Abzutun und nicht im Nachhinein Wieder als Lügenlord Dazustehen Mit einer Aussage Wo sich die Hader halt Darüber lustig machen können Das ist so ein wunderbares Beispiel Warum Rainer es zu nichts Bringt in seinem Leben Er muss dieses Argument Was er machen will Noch mit einer Lüge Unterstreichen Wo er wahrscheinlich Beim Aussprechen schon denkt Ah Mist Geht das überhaupt Und er dann wieder Zurück rudert Um nicht als Idiot Dazustehen Warum musst du denn Überhaupt so eine Lüge Die erfinden Wieder und damit reinbringen In diese Geschichte Das bringt dich wie immer In Teufels Küche Diese ganze Lügerei Wirklich ein sehr gutes Beispiel Was in Rainers Verhalten So schief läuft Und warum er kein Normaler YouTuber ist Sondern einer der Meistgehassten Menschen In Deutschland Egal um welche Kleinigkeit es geht Es geht niemals Ohne eine Lüge von ihm Ähm War ein Scherz Ne auf jeden Fall Ähm Das versteht niemand Normalerweise Die Mehrheit der Menschen Die ich kenne Die verstehen das nicht Ähm Und das sind Leute dabei Weil die mit mir In der Schule waren Das sind Leute Die waren im Gymnasium In der Realschule Die kennen Die verstehen das alle nicht Na gut Egal Mal kurz anders hinsetzen Also Kommen wir zum Eigentlichen Problem Jetzt kommt das Eigentliche Thema Nachdem er 95% Der Videozeit Über was anderes Gesprochen hat Ähm Wie mache ich meinen Vlog In Zukunft Also heute habe ich Ziemlich viel zu erzählen gehabt Aber das ist halt Auch nicht immer der Fall Die Vlogs werden im Normalfall so ablaufen Dass ich ein bisschen Mich hinsetze Und durch meinen Tagesablauf Erzähle Heute zum Beispiel Habe ich folgendes gemacht Ich bin um 8 Uhr morgens Ins Bett Ungefähr 8 Uhr 8 Uhr 30 Und dann bin ich Aufgestanden um 15 16 Uhr Oh gesunder Schlafrhythmus Rainer Hast du nicht Letztend nochmal gesagt Dass du nun einen viel Besseren Schlafrhythmus Hast als damals Dann habe ich was gegessen Ähm Dann habe ich mich Hingesetzt Und habe an einem Videoprojekt Für meinen Gamingkanal gearbeitet Link in der Beschreibung Wenn ich daran denke Aber das Videoprojekt Ist noch nicht online Das kommt auch erst die Tage Heute Ich schaue ob ich es auch Noch heute raushaue Oder morgen dann Gamingkanal Meint er seinen Hauptkanal Oder hat er sich nochmal Einen neuen Kanal gemacht Falls er hier auch Wieder einen Strike bekommt Dann ist vielleicht auch noch Der Link mit drinnen Und äh Genau Das ist dann erstmal Soweit Die ganze Geschichte Ähm Mehr habe ich nicht gemacht Jetzt sitze ich hier Und nehme auf Seit 22 Fast 23 Minuten Und zwar genau jetzt Arbeiten Aufnehmen Und so weiter Und so fort Und Das war es dann eigentlich Für heute Mehr habe ich dann heute Nehmen zu machen Was ich auf jeden Fall Morgen machen werde Ist das gleiche Aber das werde ich euch Dann morgen erzählen Im Blog Dann danke ich euch Fürs Zuschauen Haut rein Übrigens Heute ist der 3.8.2022 Und äh Ich hatte gestern Geburtsteltag Ich bin gestern 33 geworden Das wollte ich hier An der Stelle kurz erwähnen Weil die Leute immer meinen Ich habe am 15.10. Das stimmt aber nicht Ich habe am 2.8. Schon immer gehabt Danke fürs Zuschauen Bis dahin Und euer 33-Jähriger Mit am IQ85 Der Drachenlord Meldet sich ab Tschüss So Das war mal ein Vlog Wo man wirklich viel Zu besprechen hatte Aber es zeigt halt mal Wieder sehr schön auf Warum Reinhers Leben Halt so ist Wie es im Moment ist Ich bin auf jeden Fall Gespannt Was er so noch tolles In seinen nächsten Vlogs Zu besprechen hat Oder ob dann wieder Vlogs über einen Kugelschreiber macht Oder irgendwie sowas Was er halt bei sich So auf dem Schreibtisch Rum liegen hat In diesem Sinne Wünsche ich euch Auf jeden Fall Noch eine schöne Restwoche Und Meddle auf Meine Freunde Und